Ja, moin Leute, was geht? Hier wieder bei Daily Gaming. Willkommen zu einer Runde Minecraft Jumpdown. Einer in den Kommentaren. Einer in den Kommentaren, das war jetzt wieder mit mega geiles Deutsch. Es gab einen von euch in den Kommentaren, der hat geschrieben, mach mal wieder Get Down. Und da hat mir Dominik vorgeschlagen, mach doch Jumpdown. Da hab ich mir gesagt, ja okay, Jumpdown ist halt fast das gleiche. Aber halten ist aus der Brot. Man kann hier nicht schlagen? Doch, doch. Ja, dann brauchst du mal Schlag. Ja, 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 ja. Das ging in die Hose. Übrigens, mit dabei ist auch noch der Team Bash. Ja, moin. Der Dominik. Ach, ich werde das sowieso, als nachher wieder alles rausschneiden, wer dabei ist, also ist voll Sinn, dass du nicht das sagst. Ey, ich nehme ich jetzt. Waren jetzt nicht so besonders. Was soll das jetzt? Wie soll ich denn da hin? Oh, gepackt. Schlecht. Und da kommt doch einmal drauf und gleich zit. Wieder nicht geschafft. Schlecht. Ratchet, Ratchet, immer wenn ich sterbe, machst du deine... Ich gucke immer unten links ab jetzt. Sei spoiled. Ich wurde runtergehauen. Wie ging das noch mal? Wie ging das noch mal? Ja, ein bisschen länger geht auch, oder? Nein. Wahrscheinlich wie oft du stirbst. Da kann ich ja kein Leben langsingen, Alter. Äh, wie boxen. Betont. Wait, chat, ich war tot. Wär das nicht irgendwann mal langweilig, wenn man das immer wieder... Nein. Nein. Das geht nicht an. Ich fühle einfach diese Stimme mit, weißt du? Ja, das geht an. Was war das denn? Dominik, nein. Oh, ein halbes Herz, Leute. Gib mir jemand Leben. Was erwartet dir von mir, hallo? Halt dein Maul. Halt dein Maul, du Venet. Ich bin tot. Ich glaube, es ist nicht schlau, Jumpdown irgendwie in der Nacht zu spielen, weil ich bin schon wieder richtig laut. Ratchet, ich bin tot. Ratchet, ich bin tot. Ich übernehme für Ratchet. Doch nicht, doch nicht. Äh, pfff, pfff, pfff. Hä, ich höre nicht mehr, das ist ein Problem. Zufall. Nee, ich glaube nicht. Zufall. Ich höre nur ein Echo. Ich glaube nicht. Illuminati confirmed. Wait, chat? Nein! Sag mal, wait, chat, dass ich gestorben bin. Wred, chat, du bist gestorben. Äh, da bist gestorben, meine ich. noch weit das dann angegeilt ist so man ich kann nicht spielen ich kann nicht fehlen jump 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 ich sterbe hallo das war vielleicht zwei blöcke nach unten als erst mal ganz im ernst wie behindert ist das denn das ist kein das ist kein jump down das ist nur noch das ist box down punchdown 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 ich bin hier oben gestorben alles klar ich habe und dominik kommt jetzt nächstes ich sterbe nicht ich sterbe nur hier oben das ist mein ziel neuer spielmodus so leute kleine bitte an euch leute macht eine map wo man mit rückstuhlstab und dann so eine schöne map und dann wo man dann halt überleben kann wenn man weg gar nicht nur an das projekt selbst gemacht ist auch ich bin nicht so weit geben also ich bin nicht so weit will also das ist mir echt zu doof das dauert dann ganze schneiden ja du willst auch nicht arbeiten ja ich weiß aber ja ja ich arbeite ich würde einfach sagen leute das war es dann mit diesem video mit jump down wir haben gesehen liegt mir nicht so und wir sehen uns dann beim nächsten video wieder wenn es euch gefallen hat würde ich mich freuen über einen daumen nach oben und wir sehen uns dann im nächsten video wieder haut rein und tschau